Puh, da bestimmt wer anders. Geht nicht. Kaputt schlagen geht nicht. Weiß ich nicht. Aber ich hieb's mal hoch und du haust mal drauf. Flup. Du gehst nicht mal. Ne, sieht schlecht aus. Und wenn du nochmal hochhebst und ich versuche das Teil durchzuschießen. Okay. Was ich wahrscheinlich schon gemacht habe aus Versehen. Jetzt. Geht doch. Das war doch mal gut, das haben wir super hingekriegt. Das war gar kein Problem. Langsam wird's auch echt hart, finde ich. Komplizierter, ja. Ich hab keine Lust mehr, lass aufhören, lass was Neues spielen. Ja, spielen was Einfaches. Zum Beispiel Hello Kitty Online. Okay. Kannst du da oben irgendwas zu schießen? Ja, ich komm da nicht durch. Kannst du so eine Kiste da unten reinstellen, geht das? Das läuft alles ab. Hier? Hier drauf? Na wobei, warte mal, vielleicht komm ich da durch. Vielleicht reicht es doch. Aber ich hab das Gefühl, das da nicht kaputt geht. Oder doch? Loot! Stürzen wir uns drauf wie irre. So, gibt's denn hier irgendwie... Ich versuche eher gerade rauszufinden, wie wir da hochkommen. Wir müssen da irgendwie hoch. Ja. Vielleicht wenn wir den Hebel hier wieder umlegen. Mal gucken. Kommt das Wasser zwar wieder nach da links. Aber... Können wir die da rüberschmeißen? Ja, aber das wird alles weggepustet und so glaube ich, oder? Achso, so machst du... Ah, gut. Wunderbare Idee. Dazu wär ich zu blöd gewesen. Ich bin so klug. K, N, K. Ich wär trotzdem noch zurück geblasen. Dann schieben wir mal dagegen an. Ja, die Sache ist, die haben wir irgendwo Stöpsel vielleicht noch? Weiß ich nicht, gab's da drüben was? Kannst du die da unten abbauen? Ne, ne? Das hat mir schon... Ne, da unten kann ich nix machen. Schon im Sinn, sag ich mal. Kann mal was. Wenn wir hier mit ihm draufhauen... Nein, da passiert auch nix. Wir müssen ja eigentlich auch nur was drüberschmeißen. Ja. Hallo, haben wir da oben irgendwo Stöpsel? Nein. Gebe mal dem Magier. Dann mach du mal. Cheaten wir wieder. Ich kann dir von da aus bloß nicht helfen, weil ich's nicht sehe. Die Kamera zieht sich so richtig scheiße nach oben. Nein, daneben gesprungen. Ich kann das aber auch noch... Nein, das kann ich nicht. Okay. Hepp. Puh, das war anstrengend. Ach nöööööö. Zahnräder. Zahnräder sind dummer Scheiße. Das hab ich vorhin erst in Trine 1 gespielt, also sowas in die Richtung. Fand ich aber sehr sehr cool. Schwing dich mal da nach links rüber. Spinnen! Hatten wir auch lange nicht mehr. Oh, bitte spinnen, lass mich in Ruhe. Ahahaha, von dem Ding zermatschen. Nur mal spinnen. Und was findest du da oben? Ja, hier ist noch Loot. Loot! Aber da komm ich gar nicht hoch. Wie soll ich denn das machen? Kann mich nirgendwo festhangeln? Klappt einfach nicht. Müssen wir uns einmal zufrieden geben. Hast du die Spinnen gefunden? Ja. Vielleicht. Vielleicht. Was ist das? Das sieht auch Oktopusig aus hier unten. Hier, komm mal runter Spinne. Schieß mal die Spinne ab, ich halt sie. Okay. Oh, die ist mir runter gefallen. So. Spinnen? Spinnen. Ja. 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 Ander Plan. Anderer Plan. Auch. Ja. 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 Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön halten. Da oben ist ja ein Knöpfchen. Ja ich weiß auch was damit passieren. Ja, da fallen die Fässer halt an. runter und die bieten uns glaube ich genug Zeit oder? Geht noch nicht. Oh das war doof. Ohoho. Warte mal. Ja genau das hatte ich auch gerade vor. Zu früh. Nein doch nicht. Ach bin ich gut. Dann gib mir mal den Zauber oder dann versuche ich den Spaß auch mal. Warum mit dem Zauber? Achso wegen drehen, ja okay. Du musst nicht unbedingt drehen, wenn die Plattform richtig steht, passt das auch. Ja aber ich muss mich ja erstmal hoch bekommen. Muss den erstmal hochkriegen. Sexuelle Witze, geil. Nein, nein! Was? Während du das versuchst, versuche ich mal da oben dieses Sammlergedicht zu kriegen. Oder das Bild, was auch immer. Ah, Spinne! Noch eine! Zack! Habts! Check! Fast! Tauschen? Nein! Jetzt? So, mach doch die Kiste auf. Ein Sammlergedicht! Die Schwester verloren, die Nacht bricht herein. Nur eine kann wirklich die Königin sein. Aha! War ja auch gar nicht geschaubar. Ähm. Es kann nur einen geben. Ach du Scheiße! Gift, Soße und Stachelkugel. Oh. Leck mich noch weg. Okay. Okay. Falls alles Weck- Weckl- Leckl- 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 Pünktchen, 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 Speicherpünktchen. So, also der Hebel steht jetzt rechts, ne? Du kannst die Rohre da, glaube ich, umdrehen. Das ist ganz oben, oder? Weiß ich nicht. Au, ah! Sehr gut. Genau rechtzeitig losgesprungen. So habe ich es schön aus. Okay, ich kann den Hebel nicht nochmal umlegen. Okay. Dann nicht. Okay, das war schlecht. Au! Mist. Wenn dieses Viech da weg ist, kann ich uns mit dem Schild vielleicht ganz gut durchgeleiten. Gucken wir mal, ob das klappt. Wohl, es wird da deswegen nicht weniger Giftsoße. Nein, ich habe es aber geschafft. Hier, nimm mal den Krieger, dann kommst du gut aber durch. Das geht auch mit dem Zauberer. Hey! It's magic. Guck mal eben, was da oben noch so ist. Und? War nichts. Doch, doch, also ein bisschen was ist da. Hast du eine Kiste oben? Nö, nö. An das andere komme ich nicht ran. Huch, was ist hier los? Bildsteuerung? Ich glaube, da ist jetzt ein Speicherpunkt gewesen. Ist auch wieder ein wunderschönes Bild. Ach du Scheiße, was ist denn das? Der Kroken. Ich hau einfach mal drauf und hoffe, es bringt was. Ach du. Der Arsch hat die Brücke kaputt gemacht. Der mag uns nicht. Scheiß Script Events. Erst hilft er uns, ja und dann sowas. Ich habe das Gefühl, wir brauchen da unten was, um es zu verstopfen. Dass wir auf die Schnelle nirgends herkriegen. Komm mit, das geht runter hier. Ich muss es bloß beschweren. Wobei, da liegt ein Fass unter. So geht es also nicht. Da ist ein Hebel, ich betätige ihn mal. Oh, da ist ein Gegner. Spannende Kampfmusik. Yeah. Schade, dass es immer die gleiche Musik ist. Ja, aber es hat doch was. Hallo, ihr Wassermänner. Aquaman. Yeah. Wer kennt ihn nicht? Aquaman. Der Typ wurde von einem genmanipulierten Fisch gebissen. Und hat sich deswegen in den Aquaman verwandelt. Beim Angeln. Ganz spannend. Ja, beim Angeln. True Story. Als würde etwas klemmen oder wäre etwas kaputt? Hat keinen Dampf, der Gute. Aber du kannst hier nichts bauen. Wieso beamst du mich nach rechts? Klar kann ich was bauen. Schau her, einen schönen Turm. Ich sinke. Oh nein. Ist alles so geplant. Gleich sitze ich einsam und verlassen auf einer Tür. Scheiße. Ich bin hier irgendwie so ein bisschen fest. Jawohl, geschafft. So. Sauber. Zack. Siehst du, damit haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Bestimmt wieder so, wie die Entwickler es haben wollten. Ist doch egal. Das ist gelöst. So, und wahrscheinlich muss ich jetzt da oben. Also hier geht das Türchen auf. Bisschen Schwungvoll, aber es geht. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Ich würde gerne da oben dieses... Also, ja, hier geht es irgendwie dahin. Guck. Tut, 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 tut. Ah, okay. Hier muss ich erstmal kaputt machen. So, warte. Warte, warte, warte. So schnell bist du nicht. Ja, aber ich kann es ja öfter machen. Nein. Chip. So, hier, komm. Du kannst einfach hochschießen und dich dann mit der... Warte mal. ...mit der Unternehmerin... Easy. Ja, sie ist eine Unternehmerin. Muss man drauf achten, ne? Sie ist keine Diebe. Nein. Um Gottes Willen. Ah, okay. So. Immer ich. Immer du. Ich steh daneben. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Hüpp. Das auch. Aber das machen wir mal anders. Hüpp. Das ist falsch. Meinst du? Aber ich bau das trotzdem noch fertig. Oder auch nicht. Was los? So, das sieht doch gut aus. Ich glaub, das ist die Lösung. Ja. Okay, das müssen wir anders machen. Ähm, so. Dann. Ich guck mal dumm durch die Gegend und... Ich rauch mal eine. Nein, nicht rauchen. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. So, ähm... Ja und, hast mich weniger auf dem Leim. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Stimmt, da hast du recht. Rauch schnell, rauch mehr. Los. Das ist voll schwer. Gibt es hier noch irgendwo andere als andere Teile? Brauchen wir mehr Teile dafür. Schau mal, wie soll ich denn das so rüberkriegen? Das geht doch gar nicht. Frag mich nicht, du bist hier der Zauberer. Warte mal. Jetzt haben wir noch ein geradesteil. Das vereinfacht natürlich alles. Du hast zwei wahrscheinlich, oder? Ne, links, das kann ich nicht mit mir wegnehmen. Ah, okay. Hab ich auch grad probiert. Okay, so. Das sieht doch schon viel besser aus, so. Ey. Ich glaub, das wird nichts. Ich auch nicht, aber hey. Fick dich! Ne, so wird das aber auch nichts. Doch, doch. Das passt. Meinst du, das reicht? Klar, schau. Das sieht super aus. Soll ich mal runtergehend den Hebel betätigen? Mach das mal. Muss bestimmt noch. Der steppst dich hier unten dran. So. Ich zünd mal den Knaller, ja? Ja, ja. Das funktioniert bestimmt. Warum sollte es funktionieren? Das ist doch dumm. Natürlich ist das falsch. Verdammt nochmal. Warte mal, das machen wir anders. Da dürfen wir nicht so weit hochgehen. Das machen wir so. Komm mal wieder zu dir, weil ich... Musst mir das angucken. Ich hab doch schon die Lösung. So. Wirklich? Das sieht falsch aus. Nein, nicht schließlich. Mach mal wieder wie vorher, bitte. Vorher war ich hier, ne? Ich hab nur den Hebel in die falsche Richtung gezogen. Sei mir mal ehrlich, ich fand es vorher besser. So, was passiert jetzt? Oh, alles Bebenscheiße. Wir haben es kaputt gemacht. Wirklich?